Eine Computermaus kann an einem Arduino-Mikrocontroller als Bewegungssensor verwendet werden. Wichtig ist, dass die Maus über das PS2-Protokoll angesteuert werden kann. Zu erkennen sind derartige Mäuse an einem runden, üblicherweise grünen Stecker. Die vier zur Ansteuerung benötigten Leitungen sind für Masse, plus 5V, das Taktsignal und für die eigentliche Datenübermittlung. Die erste Maus, die genauer untersucht wird, ist ein altes elektromechanisches Exemplar. Eine Kugel rollt über die Oberfläche und deren Bewegung wird mit Hilfe zweier Sensorräder und Lichtschranken abgetastet. Das Funktionsprinzip dieser Drehgeber hatte ich in einem vorangegangenen Video ausführlich erklärt. Der Arduino fragt in Sekundenintervallen beide Sensoren ab. Übermittelt wird dabei die Anzahl der Pulse, um die sich die Sensorräder zwischen zwei Anfragen bewegt haben. Dabei stehen positive x-Werte für eine Bewegung der Maus nach rechts... ...und negative Werte für eine Bewegung nach links. Gleiches gilt für die übermittelten y-Werte. Hier entsprechen positive Werte einer Bewegung nach oben... ...negative Werte einer Bewegung nach unten. Entscheidend ist dabei, dass das Mauskabel nach oben zeigt, mit diesem wird das Koordinatensystem gedreht. Zeigt das Mauskabel nach rechts, so sind X- und Y-Achse von der Kameraperspektive betrachtet vertauscht. Die Sensoren können auch ohne die Kugel direkt per Hand betätigt werden, womit ebenfalls die Bewegungsdaten der Sensorräder übermittelt werden. Neue Computermäuse arbeiten zumeist vollelektronisch. Das hier zu sehende Exemplar tastet die Auflagefläche mit Hilfe einer kleinen Kamera ab. Das rote Licht dient dabei der Beleuchtung der Oberfläche. Einige Chips erlauben das direkte Auslesen der Kameradaten. Das Kameramodul dieser Maus besitzt eine Auflösung von gerade einmal 16x16, also 256 Bildpunkten. Das sich ergebende Bild ist für menschliche Augen unscharf, es können einzelne Buchstaben gerade so identifiziert werden. Die wenigen Bildpunkte werden allerdings mit einer hohen Frequenz abgetastet, womit auch schnelle Bewegungen erfasst werden können. Für diese Videosequenz wurde die Maus sehr langsam bewegt, da die Rohdaten über den Arduino nur mit einer niedrigen Bildfrequenz von etwa drei Bildern pro Sekunde ausgelesen werden können. Die Unterlage der Maus wird durch die Kameralinse stark vergrößert, die Schrifthöhe beträgt real gerade einmal 1mm. Soll die Computermaus als Bewegungssensor verwendet werden, so sind die Rohdaten der Kamera uninteressant. Der interne Sensorchip der Maus übernimmt die knifflige Arbeit, die Bewegung aus den Bilddaten zu errechnen und übermittelt über die PS2-Schnittstelle wie bei der elektromechanischen Maus lediglich ein X- und Y-Wertepaar an den Arduino. Laut Datenblatt erfasst der optische Chip Bewegungen mit einer Auflösung von 1000 Dots per Inch, also 1000 Bildpunkte auf 25,4mm, was 0,03mm pro Bildpunkt ergibt. Beste Voraussetzungen, eine Computermaus als Linearsensor einzusetzen Wie gut das funktioniert, wird in einem folgenden Video untersucht. Weitere Infos gibt's wie immer auf der Projektseite. Danke fürs Angugge und bis bald!